Hallo, es geht weiter mit Monsanta. Dieses Mal spiele ich die Lightbogun und wenn ich das, ich habe das gerade nicht ganz richtig gesehen, aber Moment, 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 ganz kurz, ganz kurz, ich, das müsste nämlich der, 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 der gute Apex Azuras sein, ich kann mir jetzt gerade nur nicht anschauen, egal, nicht so schlimm, es ist, es ist die Apex Azuras Quest. Ich spiele mit anderen zusammen, die, wie gesagt, die Lightbogun, bin gespannt, wie ich mich jetzt hier anstelle, naja, gut, die Setz uns schon alles, lo Mausi, tschüss Mausi, und, pass auf, wir legen noch eine Mine hin, so, und ja, wenn man, wenn man, zu viert spielt, dann hat man gar nicht mal so viel Platz hier, um so Zeug hin zu platzieren, also, um die automatisch hin zu platzieren, erst, äh, ja gut, an sich schon, aber, aber, wenn man, wenn man noch ein bisschen weiter ist, und schon die Kanonen und was weiß ich alles hinlegen kann, dann hat man gar nicht mehr so viel Platz dafür, da ist schon fast besser, wenn man auch, äh, wenn man nicht alle automatischen Sachen platziert, zum Beispiel hier, da Mausi hat jetzt einfach den weggeballert, komm Mausi, hol dir auch, hol dir auch was Schönes. So, egal, schauen wir mal, wie lange die noch brauchen, die anderen. Ich, weiß, ich hab, ich hab jetzt einfach mal diese Lightbogun, ich hab, ich hab irgendeine coole Rüstung dazu, äh, die ist jetzt nicht allzu gut, die Waffe, die ich hab, aber ich dachte mir, ich wollte mir eine, eine mal machen, und, wenn nicht hier testen, wo dann, in so einer Randale, wo man eh, hauptsächlich rumschießt, das werden wir da noch sehen, und ja, wie gesagt, das ist ja sowieso ne Special Quest mit dem Apex, Dude. Ha! Und ja. Verfügbar, Iori und Buddies. Ich hab gelernt, dass, äh, diese, äh, Special-Dinger, wie zum Beispiel Iori und Buddies, äh, dass man die, äh, dass die, wenn man es einmal benutzt, dass die nachher Zeit wiederkommt, dass man es dann nochmal benutzen kann. Und, wuch, wir haben jetzt schon Kanonen ready, ist ja cool. Lass auf, dann holen wir uns die. Sing schnell. Äh, hier, Kanone, her damit. Dann Mausi hat's gleich ein Problem. Ähm, das aufhelfen wir ihm. Äh, so. Oder so. Uh, weg mit dir. Ach, die sind ja jetzt schon durch. Ja, wie fies. So, schön immer erdrücken, wenn man von einem Monster angegriffen wird. Die sind nämlich ganz schön nervig, die Viecher. Und dann können sie einem nix. Ah ja, der Modus ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Mir macht das Spaß. Und jetzt ist schon ein großer da. Das Gegenschlag, passt auf, schauen wir mal, wie viel Schaden wir jetzt mit dem Gegenschlag-Dinge machen. Geh mal näher hin. Und dann können wir noch, äh, für den Apex dann was übrig haben. Aber ne, Kanone ist was kaputt. Wer war das denn? Sehr fies. Ich, ja. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal die Muni aufbewahren. Ey, der hat mich abgeknallt. Sehr fies. So, dann, dann... Pass auf, wir benutzen einfach mal Perforation 1. Ist eh nicht so krass. So wichtig, meine ich. Hab ich da... Ach, ich schieße gleich zwei auf einmal. Ja gut, dann ist die vielleicht gar nicht so kacke. Ich dachte, die wäre super schlecht. Für mich. Huh, nevermind dann. Na gut. Damit haben wir die erste Horde schon abgewehrt. Das ging ganz schön flott. Jetzt sind wir krass dran. Ja gut, äh, ich mach mal hier den da weg. Hier werden nicht so viele stehen. Ähm. Holen wir uns noch ne automatische Kanone hin. Äh, doch, Kanone. Hier hinten. Mach mal hier noch eine hin, falls sie so weit kommen. Was hier wenigstens beschützt ist. Falls sie überhaupt so weit kommen, ist natürlich wieder ne ganz andere Sache. Und dann, ja. Jetzt bin ich glaube ganz kurz dran. Ready. Oh, ja. Aber ja, hier Randalen zum Krieg ist halt ganz cool. Und ich meine, einzig sind es auch recht simpel. Muss halt seine Sachen platzieren. Bestimmt gibt es noch voll die krassen Strategien und was weiß ich. Aber die Randalen, die ich mache, äh, da reicht es halt einfach. Ein paar automatische zu platzieren, selber zu schießen. Darauf zu achten, dass man vielleicht auch links die Quests hinbekommt. Und dann ist man eigentlich... Soll man eigentlich kein Problem haben. Boom. Fats. Tschüss. Boom. Alter, was wir jetzt rechts alles freigeschalten haben. Haben wir schon die... Ne, haben wir nicht. Egal, ich benutze erst mal die Kanone. Komm schon. Ich will, ich will dem guten Masi helfen. Machen wir den dazu raus weg. Oh, eigentlich soll ich mit der Kanone da hinten drauf schießen, wo so viele Leute sind. So viele Monster war nicht. Aber jetzt werde ich gestört. Weg mit dir. Komm schon, geh kaputt. Danke. So, und ihr wollt hier doch? Nicht mit mir. Oh, daneben. Wo läuft denn der jetzt? Das ist ja dumm. Der wollt einfach gegen die Wand laufen. Da haben wir wohl die ganzen Gehirnzellen von ihm... Weggeschossen. Da kommen sie. Oh, wir versalzen wie in die Suppe, aber sowas von... Ganz viele Itsuchi, so wie es aussieht. Oder? Fast. Nicht ganz. Azurus ist auch dabei. Mit unseren Kanonen sollten wir hier ganz schön gut austeilen können. Komm schon. Ha. Boom. Genau, komm näher, dann... ... dann... ... dann beschweren wir gleich mehrere. Oh, blocken. Ich will mal vorsichtig sein. Ganz schön fies manchmal. Der Aufladschuss kann ganz cool sein. Man muss aber... ... gut treffen mit dem. Kannst kaputt gehen. Ich will mich nicht mehr auf dich konzentrieren. Oh, wir können reiten. Ha, Marcin wollte reiten. Fuck, er hat's geschafft. Pass auf, dann benutzen wir einfach mal hier deine Balliste. Oh, okay. Wir sind hier immer noch nicht durch. Ist ja easy peasy. Oh. Aber der Vogel, den hat es wohl nicht interessiert, dass ich abgeballert hab. Mit dem Rückzugdinger. Da war wohl vermutlich gerade eine Animation drin. Die Rückzugdinger, die bringen glaubt nur was, solange man nicht in der Animation ist. Boom, K.O. gemacht. Boom, 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 boom. Soll ich kurz ablenken. Komm schon. Ich sehe, die haben auch schon andere Sachen hingesetzt. Diese Wü von Dingen. So, und du bist der Letzte, ne? Huh, blocken. Wunderbar. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Schon recht lustig. Festungsstufe erhöht. Wir haben jetzt... Okay, die Ballisten verbessert. Oh, die Schüsse sind jetzt um einiges krasser. Oh, ja. So, wir kommen uns nicht. Da-da-da-da-da. Oh, blocken. Und weiter schießen. So, ich habe keinen Bock auf dich, geh mal weg und du, da, daneben, würde ich auch K.O. machen. Wen haben die, okay, ist das, ne, das, okay, wir haben, haben wir dann mittlerweile, ah, wir haben mittlerweile die Gatling Gans, ich sollte vielleicht gleich mal wechseln, wobei man natürlich die Gegner damit nicht K.O. machen kann, oh, hallo. So, ich meine, hier in der Apex-Azogos-Mission ist das hier eh Kinder-Puppi-Quests hier, also das, was wir hier gerade machen, ist nur der Anfang, es hat, nein, es ist auch nicht mal der Anfang. Der große Spaß kommt erst noch. So, pass auf, dann, ähm, oh, dann platziere ich den mal. Einfach so hin. Und, da hinten könnte auch noch was hin. Das sind auch, das sind schon automatische Beide. Vielleicht tue ich den da hier weg. Und stattdessen... Ah, okay, jetzt haben die schon, mhm. Dann bin ich mir nicht sicher, dann mache ich doch noch so hin. Sag mal, warum ist denn der hier weg? So. Was hat der denn vor? Hallo. Okay. Weißt du, dann gehört mir das hier hinten aber jetzt. Was ist das jetzt meins? Hohohohoho. Hohohoho. Erlasst du davon. Blöd gelaufen. Ah, er wird schon was finden. Bin ready. Für die nächsten Horden. Die Miniguns sind auch ganz cool. Oder die Gatlinguns oder was auch immer. Mhm, mhm. Und die hier sind eigentlich auch ziemlich nice. Man muss nur gut platzieren. Der da hier ist ein bisschen komisch gezielt, weil die Monster werden nicht alle da hingehen. Der hier schaut eher so ein bisschen in die Mitte. Am besten wäre es natürlich, wenn wir ihn hier platziert hätten. Und der dann hier in die Richtung schaut. Aber ja gut. Oh. Was macht der da hinten? Was fehlt den überhaupt? Ja. Wuh. Okay. Oh. Kommt mal her. Bau, bau, bau. Und jetzt. Ich mag diese Shotgun. Oh. Locken. Hotballern. Hahaha. Hahaha. Und du bist am Arsch. Wunderbar. Ja gut, da hinten ist noch hier durchgekommen. Es ist etwas doof. Ich vertraue einfach mal den anderen, dass die das schaffen. Pass auf. Komm du mal her. Boom, boom, boom. Und weg mit dir. Die ist voll cool. End ist gut. Alles aufgeräumt. Easy. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hier will ich nicht sein. Uhuhuhu. Hallo. Okay, okay. Oh, das geht jetzt ganz schön schnell. Da ist der Apex Azuras. Der gute alte Apex Azuras. Unser Freund und Helfer. Das war's. Dann gehe ich mal ganz kurz weg und bereite das andere Gebiet vor. So, wenn der kommt, dann könnt ihr einfach weitergehen. Und abhauen, so schnell ihr könnt, weil der wird dieses Tor ganz schnell kaputt machen. Da ein Tor wurde zerstört. Ihr seht's. Denn jetzt wollen wir hier ins andere Gebiet und hier Sachen platzieren. Es sind zwar schon ein paar Sachen platziert, aber noch nicht allzu viele. Da kann noch mehr hin. So, platziere ich jetzt erstmal ein paar automatisches Zeug. So, schneller, schneller, schneller. Die hier. Die zählen wir hier hin. Hier fürs Erste machen wir so einen automatischen. Aber ja, der ist ganz schön gefährlich. Da muss man echt auffassen. Weil wenn man noch keine Mega-Gast-Rüstung hat. Hier gibt es das Gegenschlag-Signal. Ich würde sagen, wir ballern mal auf ihn. Ich hoffe, ich frage nicht direkt. Also dann... Irgendwie aus der Ferne schießen können. Vor allem durch all die Gegner durchbaut. Da-da-da-da-da. Ich will zählen hier. Da-da-da-da-da-da. End ist Reitbar. Okay, okay. Du-du-du-du-du-du-du. Pass auf. Ich würde sagen, wir werfen. Damit können wir auch die Quests erfüllen. Die Elementpest-Dinger. Oh, wie er hier einfach weggeballert wird. Jetzt haben wir solche Dinge nicht mehr, noch ein paar Explosive. Oh nein, das Gegenschlag ist weg. Pass auf, wir holen uns einfach gleich das neue. So, und ich würde sagen, wir können auch dann hier gleich vorgehen. Okay, wir haben es geschafft. Schnell weg hier, schnell weg hier. Wenn ihr mich mehrfach erwischt, könnte ich sterben. Mal schauen, hier, wir haben auch Lebensmittel bekommen. Und jetzt los, drauf ballern! Boom, das ist Damage. So. Das ist aber noch lang nicht alles. Okay, dann macht Pekka das. Gleich gibt es eine coole Explosion. Ja, das ist, wenn man hier hingeht und damit redet. So, 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 so. Und dann können wir hier nach, weißt du, Utsuchi hin. Ich balle auch noch drauf. Oh nein, ich habe keine. Wundi mehr dafür. Dann nehme ich Perforation 1. Okay. Weg hier. Wow. Ich habe Angst, meine Minen hinzulegen. Da muss ich nämlich zu nach hinten. Boom, schau dich die Damage zern an. Wie viele. Huh. Da, 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 da. Ob du eine Chance gegen mich hast, du kleine Scheiße. Huh. Los. Oh nein, er schreit. Respekt haben vor ihm. Immer schon Respekt haben vor ihm. Er ist ganz schön gruselig. Weil ihr habt gesehen, wie viel Schade er machen kann. Und er hat auch gerade so Range. Da muss man aufpassen. Nope. Thank you. Nope. Thank you. Da, 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 da. Oh. Oh. Mein Gesicht. Schön heulen. Gut. Pass auf. Okay. Dann mache ich mir sowas. Wir gucken. Wie viel Schade macht das so? Nein, das ist sonst nicht. Da sind wir mit unseren tatsächlichen Schüssen besser dran. Auch wenn ich nicht mehr viel Menü habe. Da muss ich aufpassen. Aber solange das Gegenschlag Symbol aktiv ist, machen wir natürlich viel Damage. Nein, er. Angreif. Schnitt. Ich sehe nichts. Ja, wir haben jetzt den Boden gehauen. Yes. Boom. Apex. Ah, da zu was besiegt. Das erste Apex-Monster. Finde ich, habe ich ganz gut eingestellt. So mit Fernkampf ist es okay. Ähm. Ja, ich habe ihn das allererste Mal solo gemacht. Da war... Ja. Ich habe ihn auf jeden Fall geschafft. Ich bin sogar einmal geschorben dabei. Ähm. Er war aber nicht unglaublich easy, sage ich mal. Solo war schon... Gruselichterweise. So wie ich das sehe, könnte es eigentlich auch noch weitergehen. Und ich bin schon gespannt. Ich habe in den Quest schon gesehen, dass man theoretisch, äh, Dinges auswählen kann. Ähm. Dass man, äh, äh, ähm... Äh, Apex, äh, Rathian auswählen kann. Und das ist dann natürlich... Ui. Wenn, wenn, wenn... Das ist so ein verkackter Arzuras. Wenn man so drauf ist, man. Dann weiß ich auch nicht. So. Das gehört zum Beispiel in der Beschreibung, ja. Ich werde jetzt aber die Folge. Und würde sagen, wir sehen uns dann. Und beim nächsten Mal. Tschö hau. Uh.